Hallo und herzlich willkommen zur 48. Ausgabe von CUT. Heute ist Montag, der 6. Januar 2020. Neben mir sitzt du immer, liebe Zaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco, hallo. Ja, alle von euch, die sich schon durch unseren Jahresrückblick durchgehört haben. Zwei Stunden. Zwei Stunden durchgehalten. Tapfer, tapfer. Die dürften ja bereits wissen, um was es heute geht. Wir waren nämlich gestern zum ersten Mal in diesem Jahr im Kino. Ja. Und haben uns was angeguckt. Knives out. Knives out. Und jetzt kommt der deutsche Untertitel oder Zusatztitel ist Mord ist Familiensache. Was eigentlich wieder völlig gaga ist. Naja, dazu muss man halt den Film kennen, um das zu wissen, dass das gaga ist. Ja. Naja. Wie dem auch sei, ich hätte eher Wetz die Messer oder sowas unter Titel genommen. Hätte irgendwie besser gepasst. Ja, oder dann gar keinen, weil ich meine, wenn man dann halt sieht, der englische Titel heißt Knives out oder der deutsche Titel heißt halt Knives out. Mord ist Familiensache. Dann frage ich mich halt. Aber das ist eh so ein typisch deutsches Problem. Von den Verleihern, dass die halt immer denken, sie müssen jetzt nochmal irgendeinen Untersatz dazu klatschen, um das dem Publikum nochmal einfach zu machen, die Entscheidung an der Kinokasse zu fällen. Also, oder, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Ja, aber du kannst ja nicht einfach einen englischen Titel so für sich stehen lassen. Es sei denn, das deutsche Marketing hat sich den englischen Titel ausgedacht, weil es denkt, dass jeder Depp den kennt. So wie Hard Powder und Cold Pursuit. Hard Powder versteht jeder anscheinend. Oh mei. Ja. Wie dem auch sei, wir sprechen heute über das neueste Werk von Rian Johnson, über Knives out. Magst du uns vielleicht mal ein paar Fakten dazu erzählen? Ja, und zwar, der Film hat das Produktionsstart 2019. Ach. Ach, wieso? Es hat jetzt halt ein bisschen gedauert, bis es zu uns rübergeschwappt ist. Aber gleich, Anfang 2020. Er hat die FSK 12 und er geht 2 Stunden und 10 Minuten. Genau. So, die Bewertungen sind überwiegend positiv, also nur schlicht, also. Durch die Bank. Durch die Bank positiv, genau, das wollte ich sagen. 8,1 auf IMDb, 82 Meter Score und ein 97er Tomatometer. 97 Prozent. Ja. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. So, dann, wie du schon erwähnt hast, Regie führt Rian Johnson. Mhm. Der bekannt ist für Brick, Looper und Star Wars, die letzten Jedi. Episode 8. Episode 8 und Brothers Bloom, der ich damals, ich kenne den sogar, ich habe jetzt aber gar nicht gewusst, dass der Film von ihm ist, da war ich jetzt ein bisschen überrascht. Und der ist, der ist richtig gut, der ist mit Mark Ruffalo, Rachel Weisz und dann, Adrian Brody, genau. Bin mir gar nicht so sicher, ob ich den schon gesehen habe. Also, ich habe den gesehen, ich weiß nicht, ich glaube, in irgendeiner Sneak damals. Aber alle anderen kenne ich, ich kenne sogar Brick. Ja, Brick kenne ich nicht, Looper haben wir mal zusammen gesehen. Und Brick ist echt was total eigenartig Originelles, weil es irgendwie so ein Film-Noir-Setting nimmt und ist an irgendeiner Highschool verfrachtet. Okay. Das klingt cool. Ja, ja. Es ist tatsächlich, also so mit einem Gangster-Boss und, also, anders kann man es nicht beschreiben. Es wird also als Neo-Film-Noir bezeichnet. Ah, okay. Nee, da hat er sich damals einen ziemlichen Namen gemacht, weil seine Filmografie ist ja jetzt nicht sonderlich umfangreich. Nee, ist sie auch nicht. Deswegen mag es den einen oder anderen, inklusive mich, ja auch verwundern, wieso man ihm so ein Franchise wie Star Wars in die Hand gibt, nach einer Vita von gerade mal drei Filmen. Weil, was er bis dahin gemacht hat, oder vier, Looper, Brick und Brothers Bloom. Ja, drei, und irgendwie so ein kleines Zeug. Ja, und was Fazit ist dann, er hat es sehr verkackt. Naja, das kommt, sagen wir es mal so, Star Wars Episode 8, den wir ja nicht besprochen haben, hat, ich sag's mal, polarisiert. Und es gab jede Menge Leute, die ihn so wie wir nicht so toll fanden. Es gab aber auch jede Menge Leute, die ihn ziemlich gefeiert haben, weil was man ihm zugute halten kann, egal ob man das jetzt toll findet oder nicht, er ist anders. Er ist halt anders als so die vorangegangenen Star Wars Teile. Es war jetzt nichts Aufgewärmtes, so wie bei Episode 7, wo man wieder einen Todesstern-Plagiat zerstört und wieder einen Anflug in irgendeiner Schneise. Und weißt du, der erste, Episode 7 war ja viel Nostalgie, viel Aufgewärmtes. Und Episode 8 war anders. Also ich mochte es halt nicht. Ich weiß auch, ja, das klingt ja so, wenn man, ohne den Film zu sehen, klingt das ja eigentlich ganz toll. Aber wenn man den Film dann sieht, dann fällt einem von lauter Großartigkeit gar nicht auf, was da alles anders ist und findet es trotzdem doof. Naja, sagen wir mal, er war halt für einen Star Wars Film anders. Ja. Ich fand aber, dass er halt als Film, also per se, nicht funktioniert hat. Ja, also es gibt so viele Szenen dabei, wo du einfach denkst so, also es tut mir leid, also ich will irgendwie nicht Luke an irgendeiner Zitze Milch holen und da gibt es so viele Szenen, wo so einfach so eine Menge Disappointing, würde man dann dazu sagen, es ist abstoßend. Disgusting. Disgusting, so. Disappointing ist. Enttäuschend. Enttäuschend, ja. Aber es ist auch enttäuschend und abstoßend. Wie dem auch sei. Genau. Ja, und da gehen wir noch gerade mal weiter und Drehbuch hat nämlich auch der gute Ryan Johnson geschrieben, der hat nämlich im Prinzip alle seine Filme selber geschrieben. Kamera ist der Steve Yeldon, 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 genau, der hat auch alle Filme von Ryan Johnson begleitet mit der Kamera. Inklusive Star Wars. Inklusive Star Wars. Musik macht der Nathan Johnson, der auch alle Filme von Ryan Johnson. Schau nicht, der Bruder. Ui. Ich schau mal nach. Erzähl weiter. Vielleicht. Okay. Oder der Schwager. Der Schwager, ja. Ja, aber gerade wegen der Musik, da habe ich dann auch wieder überlegt, ist mir das jetzt irgendwie positiv aufgefallen? Ja, nein, vielleicht? Mir schon. Also ich fand, also gerade so die Eröffnungssequenz, es ist halt, es ist ein herrlich altmodischer Soundtrack. Ja, das stimmt. Also, sagen wir mal so, die Musik ist jetzt nicht besonders negativ aufgefallen, sie ist aber, also sie hat sich gut ins Bild gefügt. Ja. So, genau, hat das Ganze rund gemacht. Das ist ja auch schon mal was, schaffen ja auch nicht immer alle. So, dann, genau, kommen wir auch schon zur Besetzung. Da habe ich eigentlich jetzt, weil es ist ja wirklich ein riesen Cast, da habe ich jetzt gar nicht mehr so viel dazu geschrieben. Und zwar der Benoit Blanc, 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 Blanc. Benoit Blanc, ja. Das soll gar nicht so eine Anspielung sein. Auf Coulpeau. Genau. Genau. Benoit Blanc wird gespielt von Daniel Craig, der, der James Bond schlecht. Entschuldigung, ist sein Cousin. Ist sein Cousin, okay, gut. Naja, das ist ja, Bruder wäre jetzt ein bisschen peinlich gewesen. Also nicht der, nicht der Daniel Craig, sondern der Nathan Johnson. Nathan Johnson ist der Cousin. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich damit sagen, dass er eh schon seine Entourage hat, mit der er alles macht. Seine Hoodies, seine Brothers, seine Bros. Seine Brudis. Seine Brudis, genau, sehr gut. So, zurück zu Daniel Craig, der, der James Bond schlecht in ist. In meinen Augen, also es gibt für mich keinen besseren James Bond und ich freue mich sehr auf den Neuen dieses Jahr. Ja. Abwarten. Nein. Abwarten. Ich bin immer noch sehr skeptisch. Ja, ich weiß, also ich finde den Trailer toll. Ich weiß nicht, was der Mann neben mir da für ein Problem war. Der Mann neben dir hat den Trailer gesehen und war nicht geflasht. Ja, und die Frau neben dir war geflasht. Schon. So, das wird wieder lustig. Ich glaube, das wird eine lustige Podcast-Folge dann wieder. So, aber neben den ganzen James-Bond-Filmen hat der Mann auch Logan Lucky, Verblendung, Defines, Der goldene Kompass und natürlich auch Road to Perdition gemacht. Dann kommen wir auch schon zum Ransom Drysdale, also die Namen sind ja schon, aber das ist aber so typisch bei Krimis, die Namen so. Ja, die sind so komisch britische Namen einfach. Ausgedacht. Ja. Ransom Drysdale. Gespielt von Chris Evans, der der Captain America ist. Ja. Und ja, er ist ein vielbeschäftigter Mann im Marvel-Universum, weil Captain America ab dem Moment, wo er eingeführt worden ist, permanent dabei ist. Ja. Also dazwischen hat er jetzt nicht so viel gemacht, eher so kleinere Filme, Snowpiercer wäre noch zu erwähnen. Ganz cool ist Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Und er war auch schon mal in einem anderen Franchise dabei, und zwar als die Fackel in Fantastic Four, der dann aber gefloppt ist. Ja, ziemlich. Ziemlich, ja. Und er hat noch bei Sunshine mitgespielt. Dann habe ich noch die Marta Cabrera, wird gespielt von der Ana de Armas, die uns in Blade Runner 2049 verzaubert hat. Als Joy. Als Joy. Ja, ich muss ja sagen, also die spielt ja eigentlich die Hauptrolle, oder? Ja, würde ich schon so sagen. Also ich habe auch nur die drei aufgeschrieben, weil das für mich die drei Hauptprotagonisten waren. Die anderen waren, die haben in dem Sinne nicht so viel Playtime gehabt. Also genau, aber ich habe es jetzt, ich erwähne sie trotzdem noch alle. Ja, und die gute Frau hat auch bei Yesterday mitgespielt, wobei ich mich da gar nicht an sie erinnern kann. Ich auch nicht. Knock Knock mit Keanu Reeves. Das kenne ich auch nicht. Ich auch nicht. Und im neuen James Bond wird sie auch mitspielen. Ja, das weiß ich. Ja. Ja. So, und dann, um das Cast nochmal zu vervollständigen, Jamie Lee Curtis spielt mit Michael Shannon. Jaden Martell, der seinen Sohn spielt. Und lustigerweise spielt er jetzt schon zum zweiten Mal seinen Sohn, weil er in Minutes to Midnight, jetzt habe ich mir das wieder nicht rausgeschrieben. Ja, 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 20 Minutes to Midnight, oder? Irgendwie so. Genau, da spielt er nämlich nochmal seinen Sohn. Don Johnson spielt mit Frank Oz in einer kleinen Rolle. Toni Collette, Noah, Gigan, Christopher Plummer, Kika Len, Lucky Stanfield, Eddie Patterson, also meine Schriftfäder, Catherine Langford. Ich bin ja froh, dass auch du Probleme hast, deine eigene Schrift zu lesen, weil wenn du mir was aufschreibst, habe ich auch immer Probleme. Ricky Lindholm, und dann wären wir auch schon durch. Ja, Midnight Special hieß der, oder? Midnight Special, genau. Ich wusste irgendwas mit Midnight. Genau, da hat der gute Mann nämlich auch schon seinen Song gespielt. Ja, dann bin ich auch schon durch. Ja, den kennen wir aber hauptsächlich aus It, ne? Aus Is. Ja, genau. Ja, als, wie ist er da? Nicht Stanley, äh. Du? Nee, 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 nee. Nicht Stanley, ähm, Bill. Bill, genau, Bill Danbro. Ja. Ja, es ist ein beeindruckendes Ensemble, muss man sagen. Also wirklich rein vom Cast her hat sich da einiges Namenhaftes vor der Kamera versammelt. Dann würde ich sagen, lese ich doch mal den Pressetext vor. Harlan Thrombey ist tot. Und nicht nur das. Der renommierte Krimi-Autor und Familienpatriarch wurde auf der Feier zu seinem 85. Geburtstag umgebracht. Doch natürlich wollen weder die versammelte exzentrische Verwandtschaft noch das treuergebende Hauspersonal etwas gesehen haben. Ein Fall für Benoit Blanc, der lässig elegante Kommissar beginnt seine Ermittlungen und während sich sämtliche anwesenden Gäste alles andere als kooperativ zeigen, spitzt sich die Lage zu und das Misstrauen untereinander wächst. Ein komplexes Netz aus Lügen, falschen Fährten und Ablenkungsmanövern muss durchkämmt werden, um die Wahrheit hinter Thrombeys vorzeitigem Tod zu enthüllen. Ja, da ist schon mal ein Fehler drin. Und der Daniel Craig ist kein Kommissar. Ja. Der ist ein Detektiv. Genau. Boah. Betont er ja auch andauernd. Hat die Pressestelle mal wieder nicht den Film geguckt. Tja, dumm gelaufen. Und umgebracht wurde der Familienpatriarch erstmal auch nicht. Sondern als allererstes steht mal ein Selbstmord. Ist jetzt die Frage, kommt es im Trailer oder tun wir schon spoilern? Naja, dass es darum geht, dass dieser Selbstmord höchst zweifelhaft ist, das kommt im Trailer schon durch. Ah, okay, alles klar. Aber dass es ein Krimi sein wird, aber er wird erstmal, dass er umgebracht wird, wurde vermutlich erstmal nur der Kommissar, hätte ich jetzt beinahe gesagt, der Benoit, der Mr. Blanc. Naja, wie dem auch sei, wie war denn so unsere Erwartungshaltung? Ja, die war schon hoch, weil es wurde ja, erstens mal der Trailer ist ein sehr guter Trailer, er ist sehr gut geschnitten und er macht absolut Lust, diesen Film anzuschauen. Da wir ja eh gerne auch so Krimis und so schauen und dass es auch eh ein Genre ist, was ein bisschen seltener im Kino vertreten ist. Und noch dazu die ganzen Bewertungen, die es im Vorfeld ja dann auch schon gab. Und ja, da hat man schon eine hohe Erwartungshaltung. Und wir haben uns sehr gefreut. Mal wieder ins Kino zu gehen. Ja, weil der Trailer wirklich, wirklich spritzig war und Laune gemacht hat und wie du schon sagtest, das ist ein Genre, das verhältnismäßig selten im modernen Kino vertreten ist. Also das findet man halt eher. Serienformat. Ja, oder wenn man sich halt ältere Sachen anguckt, so typisch Agatha Christie und dergleichen. Da gibt es ja auch ein paar, wie sagt man denn, kleine Verneigungen. Hier mal ein Ausschnitt, der im Fernsehen läuft. Angela Lansbury und so. Also man merkt schon, dass er sich verneigt im Prinzip vor diesem Genre. Ja, das stimmt. Ja, und wie war denn dann so unser Eindruck, wo wir rausgegangen sind? Ja, ich habe, klar am Anfang ist erst mal die Vorfreude, dann läuft der Film und ich hatte so in der ersten halben Stunde so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob es jetzt an Filmen lag. Ich habe so ein bisschen Probleme gehabt, mich dann wieder mal wach zu halten. Dann ab der Mitte war ich dann so kurzzeitig ein bisschen enttäuscht, weil vielleicht meine Erwartungshaltung doch zu hoch war. Dann hat sich das aber zum Glück gedreht, weil innerhalb des Films, können wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen, was passiert ist. Und ab da hat es dann einen wieder gepackt und das hat das Ganze dann wieder ins Positive gewandelt. Es ist halt auch wahnsinnig schwer, über einen solchen Film, der durch Irrungen und Wirrungen versucht zu unterhalten, spoilerfrei zu reden. Ja, das ist wirklich schwer. Ich muss, ich teile aber deinen Eindruck, dass ich nach diesem Trailer, der ja doch ein gewisses Tempo suggeriert, so ein bisschen unterwältigt war, wie gemächlich die Geschichte doch losgeht. Ja, das stimmt, ja. Und wie konventionell sie dann doch daherkam. Man hat durch die Bank gemerkt, dass alle, die da beteiligt waren, wirklich Spaß an der Sache hatten. Also die Schauspielriege ist komplett einfach glänzend aufgelegt. Und der Einzige, der halt wirklich überhaupt nichts zu tun hat, ist eben der Junge, der Jordan Mattel, der, oder Jayden Mattel, der, der, ja. Mit seinem Handy da dran. Ja, der hatte halt einfach seine Rolle nix, gibt halt auch nix her. Ja, sie gibt echt nix her. Aber ansonsten großartig. Also der Cast hat mich, hat mich total begeistert. Und naja. Das Setting war auch toll. Das Setting ist es halt einfach, wie man es eben so aus alten Gata Christie Krimis kennt. Es ist halt irgend so ein altes Anwesen und sehr feudal eingerichtet, sehr pompös eingerichtet und wo es im Prinzip, ja, wenn man auf sowas steht, also ich bin da immer ehrfürchtig vor dieser, vor den Leuten, die für die Ausstattung da verantwortlich sind, weil die müssen sich das ja auch, das muss man ja auch erst mal machen, so ein Set ausstatten. Zusammen sammeln auch, ja. Ja, und er schwelgt auch sehr in dieser Ausstattung, was die Bilder betrifft. Das ist so ein, finde ich, so ein heimlicher Nebendarsteller. Das Haus auf jeden Fall. Das Haus. Das ist ganz toll. Und ich mochte auch die Farben, weil es doch noch sehr, sehr gesättigt daherkam. Das stimmt, ja. Passt aber zu dem Stil. Und ansonsten, ja, du sagtest es bereits, es gibt irgendwie Ereignisse, die wir wahrscheinlich im Spoilerteil näher erläutern, die am Anfang, wo ich dann auch schon dachte, ja, hm, war es das jetzt? Ja, der Moment kommt irgendwie, fand ich, zu früh, dieses so, hm. Ja, und dann kam aber am Ende nochmal deutlich Tempo rein. Ja, zum Glück, ja. Und hat es dann, hat es dann doch nochmal rumgerissen. Ja. Ansonsten, boah, es ist halt echt schwer, da jetzt noch irgendwie, Musik haben wir schon gesagt, dass uns die Musik gut gefallen hat, weil sie halt einfach angenehm altertümlich ist, angenehm retro. Haus, Ausstattung, Schauspieler, Regie solide, hat jetzt, finde ich, optisch kaum Spielereien. Nee, überhaupt nicht. Was ich mir immer nur gedacht habe, also gerade heute so mit ein bisschen versetzt, also zeitlich versetzten Eindrücken und dass man, also so gut wie das Drehbuch letztendlich dann doch ist, also am Anfang denkst du so, hm, und dann so, naja, jetzt ist es ein bisschen langweilig, jetzt ist man ein bisschen enttäuscht und dann dreht sich es aber nochmal, aber von den Dialogen, also gerade, weil wir halt wirklich gedacht haben, da ist jetzt ein Feuerwerk an Dialoge und diese Spritzigkeit und, also da hätte man vieles, vieles besser machen können. Also wirklich vieles. Also gerade, vielleicht sieht man sie auch im Trailer, da ist ja so eine, also quasi vom Christopher Plummer, der, dem seine Mutter sogar noch lebt, diese Grand Dame, die, glaube ich, fast nicht sagt und die sieht so schrullig aus, also die hat auch eine riesige Brille und einen riesigen Hut, also das ist halt, wie man sich es halt so vorstellt. Das ist so eine alte Vogelscheuche. Ja, genau, und da war so viel Potenzial da mit der und das ist, also es ist so viel einfach so verschenkt worden, also wo du einfach denkst, es gab einzelne Momente, ey, wenn man da nochmal übers Drehbuch drüber gegangen wäre und nochmal ein paar Situationen, nochmal einen Dialog, da war viel, da hätte man viel mehr rausholen können, finde ich. Also unterm Strich, glaube ich, war ich, weil ich mittlerweile auch so ein bisschen drüber nachgedacht habe, warum ich dann letztendlich so ein bisschen, also wir sprechen jetzt bei Weitem nicht davon, dass das ein schlechter Film ist, ganz im Gegenteil, es ist ein sehr guter, sehr unterhaltsamer Krimi, weil einfach dieses Genre schon mal komplett unterrepräsentiert ist, schon alleine, deswegen sollte man sich den angucken, allerdings fand ich eben, dass die Erwartung von mir war halt einfach, dass er spritziger ist, also ein bisschen, ne, so, wie Menschen heißt es, so snappy, also so, einfach so ein bisschen mehr Tempo in diesem. Ja, ja, so auf den Punkt halt. In diesem, und dafür, was er mir da suggeriert hat im Trailer, ist er dann tatsächlich deutlich langatmiger und daher, glaube ich, rührt so ein bisschen meine Enttäuschung, aber unterm Strich bleibt wirklich ein grundsolider, herrlich unterhaltsamer Krimi. Allerdings habe ich mich dann schon gefragt, muss man den im Kino sehen? Vor allem halt, wir können ja mal wieder ausschweifen und zwar. Ja, das, ja genau. Das ist immer so geil, wir gehen dann halt ins Kino und es war halt 17 Uhr, das war so eine Uhrzeit, wo, ja, man vermuten kann, dass ein bisschen mehr los ist. Okay, und es war Sonntag, heute ist Feiertag, ja, also kurz gesagt, die Hütte war bumsvoll und wie es halt immer so ist, das ist auch nochmal, ich meine, wobei, die Leute haben immer einen Grund, im Kino was zu essen, egal welche Uhrzeit, also das ist. Es geht ja gar nicht darum, dass sie was essen. Doch, mittlerweile manchmal, ja, wie halt, also ich fand es halt auch mal wieder, also am Anfang, man schaut sich so das Publikum an und denkt so, ja, da ist jetzt wirklich alles dabei. Am Anfang habe ich noch gemeint so, ich glaube nicht, dass da viele junge Leute drin sein werden, weil es vom Thema vielleicht nicht so ansprechend ist und da waren dann doch ein oder andere jugendliche Durchschnitt, ja, das war so 30, 40 aufwärts, also das war so der Altersdurchschnitt. Dann hatte halt wirklich jeder, also wirklich jeder, entweder Nachos oder Popcorn dabei, eimerweise und wir hatten leider das Pech, dass die Familie, die hinter uns saß, wirklich so gegessen hat, als ob sie zu Hause wäre, sprich in einer Lautstärke. Und immer schön geräuschvoll in die Tüte. Immer schön, schön in die Tüte reingreifen und dass es auch wirklich die vorderste Reihe auch noch hört und das war halt, ich glaube der einzige Grund, warum ich am Anfang noch nicht eingeschlafen bin, das waren die hinter mir. Danke an euch, ja, keine Ahnung, also ich bin ja eigentlich, also ich sage, ich habe schon so oft gesagt, also wenn es mein Kino wäre, ich würde ja sowas verbieten, ich würde die Fresserei einfach verbieten. Ja, aber damit machen dir Geschäft. Ich weiß, dass ich, ich habe auch mal im Kino gearbeitet viele Jahre, ich weiß, was, wie viel Geld da einfach liegen bleibt und weswegen das auch so teuer ist, weil halt man mit dem Kino an sich selber nichts verdient, weil die Verleihgebühren halt auch einfach so teuer sind. Aber letztendlich, ich glaube dann, keine Ahnung, muss man sich das Geld irgendwo anders holen, aber das ist einfach nur nervig. Ja, aber es liegt halt einfach daran, dass die Leute keinen Anstand haben und keinen Respekt. Das haben wir auch wieder festgestellt. Weil sie sich halt aufführen, als wenn sie zu Hause wären. Vor allem der eine, mit dem Gähnen, also das muss man sich mal vorstellen, es ist ein ruhiger Moment. Ja, da war so ein bisschen kurz die Luft draußen, aber einer meinte dann so, dieses Geräusch von sich zu geben und ich denke nur so, äh, das gibt's jetzt echt nicht. Ja, aber der hat wirklich gegähnt. Ja, ja, ich weiß, nein, nein, der hat wirklich gegähnt, aber das kann man doch auch trotzdem leise machen. Ja, ich hab, äh, du weißt ja, ich bin, ich bin relativ gut darin, sowas auszublenden, allerdings kam da noch hinzu, dass der Film relativ leise war. Ja. Und dann nervt's mich, weil wenn der Film nicht laut genug ist, dass ich sowas ausblenden kann, dann stört's mich tatsächlich auch und dann vermisst es mir so ein bisschen, da kann ich nicht so eintauchen. Ja, ja. Weil dann mit jedem Rascheln hinter mir wächst dann so die Wut. Das war so laut und ich hab mich so zusammengerissen, dass ich nichts sag. Also wann, wann, wann ist denn diese scheiß Popcorn-Tüte endlich leer? Die waren ganz flimmig leer. Das war ja das Problem. Wenn sie wenigstens einen Eimer gehabt hätten, der macht wenigstens keine Geräusche. Ja, da hat ja jeder sein, sein, ähm, ich weiß ja, was ist das, ich glaub der Eimer und dann hat das größte Popcorn gibt's ja dann noch für jeden Einzelnen, gab's dann auch noch und, ähm, ja, keine Ahnung, ich, das ist, das sind dann auch immer so, ja, warum Kino gehen einem so ein bisschen vermisst wird, das ist halt einfach, weil, äh, wir ja mittlerweile, die Gesellschaft sich halt auch so verändert und jeder halt denkt so, ja, ich existiere auf diesem Planeten und alles drumherum ist mir einfach egal und es nimmt halt einfach keiner mehr Rücksicht. Ich mein, ich kann mich noch dran erinnern an den Zeiten, wo ich Popcorn im Kino gegessen hab, da hab ich so vorsichtig ins Tütchen reingegriffen und hab gedacht so, oh mein Gott, das war jetzt laut oder ich hab irgendwie Gummibärchen noch auf, äh, aufmachen müssen und dachte nur so, fuck, das war jetzt auch wieder zu laut und da hab ich mich ja schon Grund und Boden geschämt, dass ich mich vielleicht, dass ich mich zu laut irgendwie und, und diese Hemmungslosigkeit auch, äh, wieder gegessen und es, ich musste nur noch einer dann furzen, dann wär's noch komplett gewesen, weißt du, ne, ganz im Ernst, also Kino, es reißt doch immer ein bisschen zusammen da draußen, echt, also wahrscheinlich die, wo das jetzt betrifft, die hören diesen Podcast eh nicht. Ja, es ist, es ist tatsächlich Aber trotzdem, boah. Weil, weil das, das wäre ja doch, ähm, natürlich zahlt man für, für das Kinoerlebnis. Aber nur für den Saal und für die. Ja, ja, aber man muss ja trotzdem Rücksicht nehmen. Ja. Das ist halt so und, ähm, in so einem Kino soll es halt vornehmlich leise sein, damit jeder halt versteht, was da auf der Leinwand passiert und, ja, also, sagen wir mal so, ich habe natürlich schon deutlich Schlimmeres erlebt und ich glaube auch, dass wir da, oder ich zumindest für meinen Teil, auch immer deutlich empfindlicher geworden bin im Laufe der Jahre, weil wir natürlich jetzt auch nicht mehr so verschwenderisch oft ins Kino gehen, sondern halt uns einfach ganz genau aussuchen, wann wir gehen und es eben nicht mehr egal ist, ob da so ein Honk, äh, die Vorstellung vermisst, ja. Ja, aber das ist, ist es immer, also zu, sagen wir mal, zu 90 Prozent ist immer irgendein Honk dabei. Irgendwas ist immer. Es ist immer irgendwas und sei es jetzt irgendwie, dann sind es mal nicht die Mitschauer, dann sind es irgendwie die, ähm, Kinomitarbeiter oder, keine Ahnung, erinnere ich mir dann auch mal, sind wir irgendwie so, ähm, empfindlich, so, keine Ahnung, Memmen? Nee, ich finde, nee, nee, das ist, ich finde, nee, das ist, das hat nichts mit Empfindlichkeit zu tun, also es ist ein ganz normaler Anspruch, den man, äh, den man halt hat, wenn man ins Kino geht, ähm, das finde ich, das, das hat nichts mit Empfindlichkeit zu tun. Nee, finde ich eigentlich auch nicht. Nee, vor allem halt, weil ich dann einfach, am Anfang dachte ich noch so, ja, äh, wo dann die Leute, wo es dann immer mehr wurde, dachte ich so, ja, das ist jetzt eigentlich, so, man guckt sich ja das Publikum so an und denkt so, ja, da könnte man jetzt gemeinsam ein schönes Kinoerlebnis haben. Das ist ja, wir sind ja eine Gemeinschaft in dem Moment und nicht, dass dann irgendwelche, äh, Honksfamilien hinter einem hocken und dann denken, sie sind jetzt hier zu Hause auf ihrer, äh, Mömax-Couch und, äh, fressen sich da hier die, die, die Dinger da in die Ohren rein, weißt du, also, pfff. In die Ohren? Ja, ich habe bewusst Ohren gesagt, weil die haben ihre eigene Fresserei nicht gehört anscheinend, weil sonst, ich würde doch dann selber mal denken, so, oh mein Gott, bin ich jetzt laut, hey, ich muss mal ein bisschen runter oder so, oder keine Ahnung, dass die Mutter wenigstens mal links und rechts ihrem Mann und ihrem Sohn mal eine wischt, wenigstens so, hey, wo seid ihr denn eigentlich, aber das, das stört ja niemanden und ich, ich denke mir dann immer, so drehe ich mich jetzt um und dann, ich habe immer Angst, ich mache es deswegen nicht, weil ich immer denke, es eskaliert. Das ist der einzige Grund, warum ich es nicht mache, weil ich denke so, ja, okay, dann kannst du den Film noch weniger genießen. Dann kannst du den Film noch weniger genießen, weil dann kommt immer dieses, komischerweise hast du dann auf einmal einen Fuß im Rücken. Das sind so Sachen, wo dann, wo die sich dann immer irgendwie, warte nur noch drauf, das ändert ein Popcorn über einen, ausschüttet. Egal. Jetzt unterhalten wir uns schon länger über das Kino als über den Film. Ja, wie immer halt. Egal, aber jetzt können wir ja eigentlich zum Spoiler-Teil kommen, der wird dann wieder länger. Beziehungsweise können wir erstmal zu unserem Fazit kommen. Unser Fazit? Ja. Guckt ihn euch allein im Kino an. Nee, also wenn, wie ich schon sagte, für mich ist Knives Out ein unterhaltsamer Krimi, der aber auch perfekt dazu geeignet wäre, den auf der Couch zu gucken. Ja. Also da, das ist jetzt nichts, wo ich jetzt unbedingt ins Kino laufen müsste, weil er dann so, also warum geht man denn ins Kino? Also wir zumindest gehen ins Kino, wenn es halt erwartungsgemäß besonders herausragende Filme sind, die wir halt dann so früh wie möglich sehen wollen. Oder halt besonders optisch opulent. Knives Out ist weder noch. Und deswegen für so einen grundsoliden Film muss ich jetzt nicht unbedingt auf Teufel komm raus sofort ins Kino gehen. Und dafür habt ihr ja uns, denn wir waren sofort im Kino und wir können euch jetzt sagen, dass das im Prinzip ja nicht unbedingt reinlaufen müsste. Ja, ich weiß, aber ich bin so ein bisschen, jetzt ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite prinzipiell werden Filme fürs Kino gemacht und das ist ja auch genau das, was, was, ja, was auch die Industrie uns damit sagen will und. Ja, aber wenn man, wenn man alles, alles damit mit rein nimmt in diese Gleichung. Da kommt ja nicht. Aber früher war es ja genauso. Letztendlich, es gab ja kein, also die erste Vermarktung war immer das Kino und es gab, hat ja viele Jahrzehnte gedauert, bis dann halt mal die Sachen auf eine VHS gepresst worden sind, auf eine DVD. Auf eine VHS gepresst. Weißt du, wie ich es meine? Ja, aber die. Weißt du, VHS und ein DVD und ein Blu-Ray und jetzt wird eh nur noch gestreamt und das ist halt immer, ja, natürlich gebe ich dir recht, das ist immer dieses, was nimmst du von dem Film mit und so, aber dieses ins Kino gehen, das ist halt so langsam, ja, das ist wie so ein, weil die Umkehrschluss wäre, dass im Prinzip dann auch nur noch Filme gemacht werden, die dafür, dass die Leute ins Kino gehen und das sind dann halt Filme, die du halt sagst mit Schauwerten oder besonders. Und ich meine, letztendlich, der Rian Johnson ist ja auch mit der Intention losgegangen, das wird jetzt was ganz Besonderes, aber es ist ja für uns jetzt nicht so was ganz Besonderes gewonnen, deswegen, ja, aber ich, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ich weiß, worauf du hinaus will, du sagst natürlich, wisst du ja auch, worauf ich hinaus will. Du hast natürlich jetzt keine Antwort. Nee, aber ich weiß, worauf du hinaus will. Das ist natürlich, das sollte man ins Kino gehen, um das Kino zu unterstützen und auch am Leben zu erhalten, weil sonst das Kino halt stirbt und es ist ja eh schon, es kämpft ja eh, Kino kämpft. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja, musst du ja trotzdem auch hier bei der Masse an Filmen, die da kommen, ja immer noch einen Filter anlegen. Und wenn es halt darum geht, eben sein, ich sag's jetzt mal so, sauer verdientes Geld für so einen Kinoabend, der ja auch nicht mehr der günstigste ist, sich ins Auto zu setzen, vielleicht einen Babysitter zu organisieren, dann überlegt man sich halt, ist es der Film wert? Und ich denke, also wenn ich einen Anspruch an uns habe, dann ist es ja der zu sagen, Leute, die uns kennen, mögen vielleicht noch vor dem Spoiler-Teil im Prinzip einschätzen können, ob es die Reise wert ist. Fahren wir jetzt los oder nicht? Genau. Und deswegen sage ich halt mit Vorsicht, diesen Film muss ich persönlich nicht im Kino gesehen haben. Wir haben ihn jetzt im Kino gesehen und wenn ihr Angst habt, da was zu verpassen, glaube ich, ist die Angst unberechtigt. Weil das, also da, weißt du, und das, was du sagst von wegen Erstverwertung Kino, VHS und so weiter, es hat sich ja in den letzten Jahren noch wahnsinnig viel gewandelt. A, ist die Zeit viel, viel kürzer geworden zwischen Kino und Erstveröffentlichung für den, für den, für den, für den Weitervermarktung, dann, Vermarkung, dann ist die, die Qualität deutlich gestiegen, ja. Ja, wir haben jetzt mittlerweile Blu-ray und wir haben jetzt mittlerweile 4K und die Größe der Fernseher ist deutlich gewachsen. Also die Technik hat sich auch gewandelt im, im, im Zuhause. Das heißt also, der, der Unterschied zwischen dem Erlebnis Kino und Zuhause auf der Couch ist bei weitem nicht mehr so groß, wie es mal vor 15 oder 20 Jahren war. Das ist halt dann immer, mir tut es dann auch mal so ein bisschen leid, dass dann halt, auch solche Abende wie gestern, uns ja dann auch immer mehr dazu bringt, zu sagen, dass wir halt immer weiter abwägen. Weil wir sind früher wirklich viel mehr ins Kino gegangen, auch bevor wir gepodcastet haben. Ich bin früher sehr, sehr oft ins Kino gegangen. Ich glaube, ich bin zum Teil 50, 60 Mal ins Kino gegangen. Ja, ja, also jede Woche, also wirklich jede Woche oder je nachdem. Aber wie viel Schrott wird da gesehen? Ja, natürlich haben wir viel Schrott gesehen, aber das ist halt einfach ins Kino gehen, das ist halt auch, ja, das ist wie ein Hobby. Das ist, wenn du halt sagst, aber jetzt ist es halt einfach so, ja, dass einem solche Abende, natürlich, dann wägt man immer mehr ab. Also man sagt dann halt so, okay, muss ich es jetzt im Kino sehen? Ja, nein, vielleicht. Habe ich da jetzt überhaupt wieder Lust, solche Spacken um mich herum zu haben? Ich muss es jetzt echt so sagen, weil es ist wirklich sehr, sehr nervig. Ja, und dann sagt man halt auch so und ich, das finde ich irgendwie so ein bisschen traurig, weil ich mit Kino gehen wirklich diese, es ist einfach ein anderes Erlebnis, einen Film einfach zu sehen. Es ist was anderes, als wenn ich jetzt zu Hause halt auf der Couch halt sitze. Natürlich ist es viel besser halt oder bequemer und ich muss mir jetzt nicht fertig machen. Ich kann auch mal Pause machen, wenn der Tee ruft. Ja, ich meine, zweifelsohne, wenn es einen Film schafft im Kino, mich komplett zu flashen und dass ich da mit Begeisterung rausgehe, dann bin ich natürlich heilfroh, den im Kino gesehen zu haben. Aber man muss auch sagen, also zumindest meine persönliche oder unsere persönliche Erfahrung ist ja, dass es halt nicht sehr häufig der Fall ist, dass dir halt ein Film tatsächlich die Schuhe auszieht. Und bei mir spielt tatsächlich ganz, ganz groß die Technik eine Rolle, dass die halt so viele Fortschritte gemacht hat, dass die Lücke zwischen Kino und zu Hause, zumindest jetzt, also wir haben jetzt kein Heimkino, aber wir haben eine solide technische Ausstattung, wo ich sage, die Lücke ist nicht mehr so riesig, wie sie vor 10, 15 Jahren mal war, sodass also der Qualitätsunterschied nicht mehr so groß ist. Aber ja, ich stimme dir natürlich vorbehaltlos zu, sonst würden wir überhaupt nicht mehr ins Kino gehen. Kino ist Kino und Kino ist ja auch für mich durch nichts zu ersetzen. Also da müssten wir wahrscheinlich schon andere Investitionen tätigen und vielleicht auch Räumlichkeiten vorhalten, um ein Kinoerlebnis zu schaffen. Es wäre schon möglich mit genügend Geld, kein Thema, aber dann könntest du auch ohne die Spacken, ohne die ganzen Honks ins Kino gehen. Aber halt nicht zu dem Zeitpunkt. Und ja, jetzt haben wir uns ein bisschen in so einer Meta-Diskussion verpasst. Ja, ist ja auch nicht schlecht. Können wir auch mal machen. Über das Kino. Und was ist dein Fazit dann zu Knives Out? Ja, also wenn ihr ihn gleich sehen wollt, dann schaut ihn euch an. Letztendlich, es ist, wie du schon sagst, es ist ein solider Film. Er ist gut. Man kann ihn schon auch im Kino anschauen, finde ich. Ja. Also, weil die Schrulligkeit an dem Haus, also allein das Haus ist halt, das ist auf der großen Leinwand diese ganzen Bilder, Skulpturen, diese tausenden Bücher. Mhm. Unglaublich. Also da war ich dann immer so, weil da gibt es dann verschiedene Räume und Bibliotheken und da gibt es nochmal Bücher, nochmal Bücher und ich denke so, wow, da sind nochmal Bücher. Wow, da sind nochmal Bücher. Wow, Bücher, Bücher, Bücher. Und das fand ich halt schon geil. Also auf der großen Leinwand. Ja, egal. Ja, natürlich hätten wir ihn auch zu Hause anschauen können. Aber wir sind ja auch von einem anderen Ding ausgegangen. Ja. Von einem anderen Ding. Tempo. Ich überlege gerade, also er hat schon, es gibt schon ein paar Einstellungen, die mir gut gefallen haben, aber ich finde, dass die Regie oder die Kameraarbeit jetzt weit davon entfernt ist, originell zu sein. Also ich finde, dass wir in zwei, drei Folgen Watchmen mehr originelle Einfälle gesehen haben, als jetzt hier. Aber ich glaube, er versucht das auch gar nicht, sondern er will da altmodisch sein. Mhm. Ich weiß nicht, also der Rian Johnson, also ich fand den Looper zum Beispiel, fand ich jetzt okay. Ja, da war halt die Idee eigentlich. Genau, und jetzt kommt, genau, das ist eigentlich der Punkt bei ihm. Also der Brothers Bloom zum Beispiel, den fand ich echt toll. Also damals, vielleicht würde ich ihn heute auch wieder anders, in anderen Augen sehen. Aber ich glaube, der Rian Johnson ist ein guter Drehbuchautor, aber bitte gelass den keine Regie mehr führen. Weil ich glaube, die Ideen, wo er hat, die sind schon gut. Aber letztendlich wäre es bei den Sachen einfach gut, wenn da nochmal einer drüber schaut. Also gerade bei dem Film, irgendeiner vom Comedyfach oder von irgendeiner, wo bei Serien mitmacht, wo einfach sagt so, okay, den Dialog, das muss man nochmal auf den Punkt bringen. Oder da muss man nochmal irgendwie Situationskomik mit reinbringen. Also natürlich, die Schauspieler, die hatten alle Bock. Und irgendwie ist es so ein bisschen schade, weil die da halt mit so fünf, vier Sätzen fast schon abgespeist worden sind. Und da einfach so unglaublich viel Potenzial brach lag. Und ich mir dann einfach denkst du, ja, schade, weil, also, ich glaube, wir müssen jetzt mal zum Spoiler-Teil kommen. Ja. Denke ich auch. Okay. Gut, liebe Leute, unser Fazit kann, aber muss man nicht im Kino sehen. Okay, mess you up. Dann kommen wir zu unserem Spoiler-Alarm. Tschüss. 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 So. So, jetzt dürfen wir endlich, ähm, endlich über Spoiler reden. Ja, und zwar, es ist nämlich so, dass man in der ersten zehn oder 15 Minuten erfährt man nämlich schon, wie der Mord passiert ist. Es dauert sogar ein bisschen länger, aber ja. Bisschen länger. Aber relativ früh. Relativ früh. Und dann sitzt du erst mal da und denkst, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ähm, und dann, also dann entwickelt sich die ganze Geschichte so ein bisschen weiter und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo dann auch die, äh, Testamentsbesprechung, Testaments, äh, Dingens. Ja, die Öffnung. Ähm, Öffnung, ähm, ist und alle zusammensitzen und. Da wird's wieder interessant. Und ab da wird's dann wieder interessant. Also quasi ab dem Moment, wo man weiß, wer es ist, bis dahin, wo dann wieder alles, die Würfel quasi neu gemischt werden, ähm. Karten. Karten. Dreht dich wieder ein? Scheiß. Oh man. Ja, ich hab ein bisschen Kopfschmerzen. Sowas kommt dann dabei raus. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich habe diese, also das ist aber jetzt, glaube ich, ein ganz persönliches Ding von mir, dass ich habe eigentlich schon so ein klassisches Wer war's, so ein Houdanit erwartet, wo man einfach bis zum Schluss rätselt, wer es war und bekommt dann relativ früh und ohne doppelten Boden, also ohne Zweifel, die Lösung serviert. Ja. Zumindest für das Ableben des Hausherrn. Genau. Und dann dachte ich mir so, also dann zieht in Anführungszeichen der Film so seine Spannung daraus, dass sie, also die Martha, die ja ihn vermeintlich und versehentlich getötet hat, mit an der Ermittlung beteiligt ist. Mhm. Und das ist zwar auch hin und wieder witzig, aber das trägt den Film nicht mehr so. Nein. Und dann denke ich mir so, okay, was soll denn jetzt noch passieren? Also und dann, wie du schon sagtest, mit der Testamentseröffnung kommt da zum Glück wieder Fahrt rein. Und man merkt dann, okay, es ist doch nicht alles ganz so offensichtlich, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass der Tathergang genau so passiert ist. Ja. Und dieses, was man so kennt, wenn der Poirot sich dann da hinstellt und dann die Tatnacht nochmal von vorne bis hinten rekonstruiert, sowas gibt es ja hier auch. Allerdings ja dann nur diesen letzten Twist ausgearbeitet sozusagen und nicht die Tat, weil die wird… Die ist ja schon erklärt. Das kann man ja jetzt natürlich so oder so sehen. Dem manchen wird es natürlich positiv vielleicht überraschen, dass er den Ansatz gewählt hat. War ich ja auch. Also ich meine letztendlich schlimm. Ich meine natürlich, es geht nichts um dieses Zur-Taten-Nacht, um die Uhrzeit, um die Uhrzeit und dann da und dann da und dann wurde mir das vorgespielt. Und ich meine, allein Mord im Ohren-Express, das ist so, also einer meiner Lieblings-Agatha Christie-Filme oder… Und das ist halt einfach… Oder auch Tod am Nil. Ja, also alles, was irgendwie… Das ist halt einfach zum Schluss wird dann halt… Selbst so ein Columbo, wo dann zum Schluss halt nochmal in seinem knittrigen Trenchcoat dran steht und nochmal alles rekonstruiert, das ist halt einfach dieses typische Muster. Also es wird… Es gibt einen Mord, dann gibt es die Verdächtigen und dann wird halt alles nochmal auseinander gegraben und dann zum Schluss wird dann der Mörder halt präsentiert. Dazwischen gibt es nochmal viele, viele Morde, weil natürlich immer irgendeiner dann reden will oder man hat was gesehen und genau. So und das ist hier halt völlig anders, weil es relativ schnell erzählt wird, wer hier… Wie das halt passiert ist und zwar die Martha hat halt die zwei Medikamente halt vertauscht und hat ihm anstatt das Gute, hat sie ihm halt Morphium halt in Überdosis halt gegeben und sie wollte ihm dann eigentlich noch helfen und er lässt sich halt nicht helfen und erklärt ihr quasi noch, wie sie halt aus der Geschichte gut rauskommt, indem sie halt erstens mal geht, dann soll sie irgendwie wiederkommen, dann soll sie irgendwie ganz hoch in den Turm klettern über die Außenfassade, da gibt es dann so ein Spalier, genau und dann soll sie quasi nochmal so spielen, als ob er wäre und dann soll sie dann quasi wieder gehen, also quasi, dass sie halt auch wirklich ein wasserdichtes Alibi hatten. Genau und das ist ja in dem Moment, denkst du erst mal so, ja, weil der Mann hat sich ja selber umgebracht und zwar mit einem Dolch, dass er sich halt selber die Kehle aufgeschlitzt hat und das ist halt nicht das klassische Instrument für einen Selbstmord. Also da gibt es dann von Pulsadern aufschneiden mit Föhn in der Wadewanne und Medikamentenüberdosis, glaube ich, weitaus gängigere Sachen oder sich aufhängen, aber so die Kehle selber aufschlitzen, das kommt schon sehr selten vor und das ist ja dann auch wiederum der Punkt, warum der Blanc, Benoit Blanc, Benoit Blanc, denkt, ja, hier stimmt irgendwas nicht und das ist ja das, was ihn so quasi die ganzen Filme auch so antreibt und sagt so, ja, irgendwas stimmt hier halt nicht und das Gefühl wird er halt auch nicht los. Ja, weil er halt auch anonym engagiert wurde. Genau und dann mit viel Geld. Ja und einem Zeitungsausschnitt, anonym. Anonym. Und das ist ja bis zum Schluss des Films nicht klar, wer ihn denn jetzt engagiert hat. So. Bis zum Schluss des Films nicht klar, wer ihn engagiert hat. Du lügst. Ja und das ist halt dann so quasi Teil dieser großen Enthüllung am Schluss, die dann doch relativ klassisch ausfällt und wie ich finde auch sehr originell gemacht ist. Ja und auch sehr flott. Ja und da ist dann, kommt dann, also wie du schon sagtest, so ab dieser Testamentseröffnung kommt dann eben so das Tempo rein, dass ich da bis dahin so ziemlich vermisst habe. Ja und man muss auch noch dazu sagen, dass die Martha, die hatte so eine geheime Superkraft und zwar sie kann ja nicht lügen. Ja, das ist sehr witzig. Was sehr witzig ist. Der wird dann übel. Auch ein bisschen eklig. Genau, also weil wenn sie lügen muss, dann wird ihr übel und letztendlich muss sie dann kotzen. Und das ist natürlich halt auch nochmal für alle Beteiligten, die das halt wissen, die nutzen das natürlich auch aus. Also sei es jetzt der Daniel Craig oder der Chris Evans, der sich ja später total, ja er ist ja schon so das geborene Arschlochkind von, weil er ist ja so der Enkel vom Trumbull und wird dann, thrombie, 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 wird dann enterbt und da gab es natürlich einen riesen Streit. Und dann ist er natürlich auch einer von den Verdächtigen und ja, es geht ja, es geht schon klassisch los. Also es geht ja los mit so einem Verhör und jeder hat erstmal Motiv. Genau, also jeder erzählt halt. Das ist ja klassisch. Er erzählt vielleicht nicht alles, also dem Detektiv oder der Polizei, aber in Rückblenden erfährt man als Zuschauer, okay, der hätte ein Motiv. Und das ist ja schon mal das klassische Setup für so ein Krimi. Ja, genau. Ja, dass du erfährst, dass eigentlich jeder irgendwie einen Grund hätte, den abzumurksen. Und normalerweise ist es ja dann immer der, der am weitesten davon entfernt ist, also der eigentlich am wenigsten Grund hätte. Und dann so scheint es ja hier auch zu sein, aber es wird ja als versehen enthüllt. Ja. Und dann? Und das hält es ja aber geheim. Genau, also, aber ganz, das ist schon schwer, das ist schon eine Bürde, weil sie mochte ihn ja auch sehr und ja, und sie hat natürlich auch, das hat ja auch was mit ihr Beruf zu tun. Sie ist ja Pflegerin und sie sollte natürlich nicht für den Tod ihres Schützlings verantwortlich sein. Und das ist natürlich, und sie ist halt auch noch dazu wirklich, hat sie auch ein gütiges Herz. Und das sind so viele Faktoren, wo halt das Mädel halt da mit sich rumkämpft und da ganz versucht, tapfer zu sein, ihre Rolle, die der Trumpy ihr ja zugeschrieben hat, weil er will ja, weil er wusste ja zu dem Zeitpunkt schon, dass sie ja die alleinige Erbin von seinem Vermögen ist. Ja, das hat er vorher schon festgelegt. Genau, das hat er vorher schon festgelegt und er wusste das auch. Und deswegen, ab dem Moment, wo dann halt klar war, oh, jetzt hat sie mich aus Versehen umgebracht, dann muss sie jetzt aber auch ja nicht irgendwie in Verdacht kommen. Weil es nämlich da wohl eine Klausel gibt, wenn derjenige mit dem Todesableben, also mit dem Ableben des Hausherrn zu tun hat, dann kann man das Erbe anfechten und dann kriegt sie das nicht. Genau. Also das ist natürlich jetzt, wird natürlich juristisch ein bisschen anders weder gegeben. Ja, was ich auch so ein bisschen komisch fand, was ich so schätze an diesen eher älteren Krimis ist ja, dass es alles sehr beengt ist. Also das ist halt immer in einem sehr eingeschränkten Areal, also eben in einem Haus, in einem Zug, auf einem Schiff, auf einer Insel, wo die Protagonisten und die Verdächtigen jetzt nicht großartig auskönnen. Und damit bricht er ja auch relativ bald so, dass es halt hier mal im Diner und hier mal, also die verlassen schon immer wieder mal dieses Anwesen, auch wenn es eben ein heimlicher Nebendarsteller ist. Und auch das fand ich so ein bisschen, ich habe auch, das war wieder meine Erwartung, dass jetzt einfach alles so innerhalb weniger Stunden in diesem typisch Agatha Christi mäßig in diesem Anwesen, der stattfindet. Vielleicht verliert er auch da deswegen so ein bisschen die Spannung. Ich weiß nicht, also ich, das war jetzt meine Erwartung eigentlich. Ich meine, ich fand es jetzt nicht ausgesprochen schlimm, dass das passiert ist, aber das bricht halt so mit dieser Konvention, genauso wie die Tatsache, dass die Tat selber einfach schon so früh aufgedeckt wird. Also das Wie und natürlich stimmt einem dieser Twist am Ende da versöhnte ich, also das muss ich schon sagen, also das war clever gemacht. Wobei ich das dann kommen sah ab einem bestimmten Punkt, dass nicht wer, aber wie es dann, dass die vertauscht wurden, die Fläschchen. Das war schon eine coole Idee, aber trotzdem, wie wir schon sagten, war so eine ganze Zeit lang die Luft raus, weil man eben dachte, man weiß es jetzt. Und selbst wenn dann am Ende noch was kommt, was ja auch irgendwie zu erwarten ist, man kann das nicht einfach so stehen lassen, war das trotzdem irgendwie so, hm. Und dazwischen, ja, wobei der Frank Oz, der ja diesen Anwalt, diese Testamentseröffnung, der war auch ganz lustig, war total verplant. Ja, also, also alle Schauspieler irgendwie, also es kam, ach, ich weiß auch nicht, ja, ich meine, wir können ja sagen, wer der eigentliche Mörder ist. Ja, jetzt sind wir im Spoilerteil. Genau. Das ist der Ransomber, der Chris Evans. Ja, genau. Die Sau. Also, das fand ich dann irgendwie wieder so lustig, weil es dann in der Rückblende dann auch nochmal vom Daniel Craig dann gesagt worden ist, so, ja, weil der hat das ja dann den Donut, der, die, die, den Donut quasi, da gibt es ja dann auch so eine Sequenz, wo irgendwie ein Donut. Ja, dieser Fall ist wie ein Donut, ja, ein Loch in der Mitte. Und dann hat er dann irgendwie den Donut erklärt und, ja, weil dann in Rückblenden dann nochmal so Quart Chris Evans dann halt gezeigt wird, wie er zum Beispiel bei diesem Familienstreit eine Nacht vor der Testamentseröffnung quasi halt alle nochmal irgendwie einen Aufruhr macht und eigentlich genau weiß, worauf es ihnen ausläuft und dass er eigentlich schon gewonnen hat. Und dann auch, wo die Martha ihm dann, ihm das erzählt mit dem Mord und er dann so, ja, weiß ich ja auch schon. Er wusste halt, ich glaube, sein Plan war ja irgendwie so, dass er halt wusste, dass er es in einem Streitgespräch erfahren hat, dass Martha eben die alleinige Erbin wird und der einzige Grund, weswegen das, also, ja, warum sie das Erbe eben nicht bekommen, wäre eben, wenn sie des Mordes oder auch nur des Verdachts, bezichtigt wird, dass sie am Ableben schuld ist. Und dann hat er halt versucht, das irgendwie so hinzudrehen. Ja, genau. Aber was ich dann auch wieder so, da denke ich mir dann auch so, wow, wie kriminell veranlagt muss man denn sein, dass man quasi abends erfährt, man ist jetzt kein, man hat kein Erbe mehr, man steht dann quasi ohne irgendetwas da, wobei, ich glaube, der hätte jetzt auch überlebt, so arm sah jetzt auch nicht aus. Dann verlässt man das Anwesen, man fährt ein paar Meter und denkt sich so, wow, jetzt habe ich den Mordsplan, fahrt dann wieder zurück und fängt dann an, in die Tat umzusetzen. Also, weißt du, wie ich meine? Ja, also, steckt schon viel kriminelle Energie dahinter. Ja, ja, aber die musst du doch auch erst mal haben, irgendwie entdecken, also quasi dieses, und das ist ja voll der Mordsplan eigentlich, also Mordsplan. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, man, so viel, muss man schon ein bisschen, also, dass er halt diese Parisaden da hochklettert, dass er die Medikamente austauscht, indem er tatsächlich überspritzt. Das musst du doch aber erst mal kommen. Ja, gut, das wusste er, dass halt sein Opa da Medikamente bekommt und dass sie ihm die spritzen. Aber dass das quasi dann der, quasi die dazu führen würde, dass sie des Mordes bezichtigt wird und sie dann halt das Erbe dann verliert? Naja, er dachte halt, ich weiß nicht, was er sich dabei dachte. Also, als er dann gemerkt hat, dass das einfach, als er da aufgewacht ist oder sich die Kehle durchgeschlitzt hat, dann wusste er, okay, dass sein Plan ist irgendwie schief gegangen. Naja, und das war ja der Grund, warum er den Benoit Blanc da engagiert hat, weil er wusste, dass das nicht die Todesursache gewesen sein konnte und er kann ja nicht selber sagen, ja, aber das war doch ganz anders, also musste er. Aber, jetzt kommt es dann später raus, dadurch, dass sie eine geschulte und gute Pflegerin ist, hat sie instinktiv die richtige Flasche genommen und hat ihm alles richtig gespritzt. Ja, sie hatte halt, also sie hatte halt Nicht auf die Aufschriften geachtet? Ja, sie hat die Ausgetauschten verwechselt, also sie dachte, sie hätte sie verwechselt, hat ihm also doch nicht das Morphium gespritzt. Aber nicht in der Menge, wo sie gedacht hat? Ja, sondern das Richtige und hat es aber im Prinzip instinktiv richtig gemacht, so hat ihm das, das hat er ja erzählt, um sie ein bisschen Zu beruhigen, also sie hat es verwechselt, aber er sagt halt, du bist so eine gute Pflegerin, du hast instinktiv die richtige Flüssigkeit genommen. Genau. Aber im Prinzip hat sie quasi die Vertauschte wieder vertauscht und dadurch hat er, hätte er eigentlich gelebt? Ja. Und das ist ja eigentlich schon ein bisschen tragisch. Das ist tragisch, ja, weil wenn der, der alte Mann auf sie gehört hätte, weil sie wollte ja dann Notarzt rufen und alles andere und er so, nee, nee, jetzt, irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, ach so, ja, nee, genau, also er wusste ja nicht, dass es stimmt. Zehn Minuten. Zehn Minuten hat er jetzt halt einfach für sich entschieden, okay, ich möchte die Mädel, das Mädel soll ja mein Erbe bekommen, also darf es jetzt nicht hier des Mordes an mir bezichtigt werden, deswegen hecke ich jetzt meinen Plan aus und wobei auch der wieder, zack, 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 wir machen das jetzt so und so. Naja, er ist ein Krimi-Autor. Ja, okay, er ist ein Krimi-Autor, gut. Das Argument lasse ich gelten, aber nicht beim Gruself. Er ist der Sohn eines Krim-Autos. Okay, alles klar, okay, ja, die haben alle kriminelle Energie, weil alle hier Krimis schreiben und lesen. Genau. Ja, wahrscheinlich, das ist ja auch so, so eine Theorie, dass du dann, oder war es nicht mit irgendeinem Angata Christi-Buch, dass dann halt, die sich dann schon selber irgendwie kopieren, weil sie so viele Krimis lesen und deswegen fallen ihnen dann irgendwelche Morde ein. Egal, auf jeden Fall. Was war denn deine Lieblingsszene? Die Schlussszene mit dem Messer. Die war ziemlich cool. Die war richtig cool und zwar hat er bestimmt auch gesehen. Diese Zeitlupe. Ja, weil der, die gute Martha hat nämlich es wirklich geschafft, mal für ein paar Minuten ihre Kotze unten zu halten und sie hat gelogen und zwar, weil die Haushälterin, die ist ja quasi dem Trumbly, nee, nicht dem Trumbly, dem Ransom auf die Schliche gekommen und den mag sie ja eh nicht und den wolltest du dann erpressen. Was aber auch nicht geglückt ist, weil er sie ja dann umgebracht hat. Und das ist dann quasi das zweite Opfer. Ja, er hat sie halt überlebt. Sie hat überlebt, dachte man, aber sie ist gestorben. Und das hat sie kurz verheimlicht. Das hat sie kurz verheimlicht und dann hat sie... Hat ihr den Mord gestanden. Ja, und dann hat Chris Evans den Mord gestanden. Sie kotzt ihm ins Gesicht und somit war klar, dass sie gelogen hat und er hat jetzt aus Versehen den Mord gestanden und er in seiner Verzweiflungswut schnappt sich irgendein Messer und springt auf sie zu und dann gehen sie in Zeitlupe runter und dann kommt halt raus, dass sie irgendein Requisitenmesser in der Hand hat und er sie quasi damit gar nicht töten kann. Wo die Klinge einfährt, ja. Ja, genau. Ja, meine Lieblingsszene war, glaube ich, die Testamentseröffnung. Ja. Ja, weil die so dermaßen... Das war so dieses Familienchaos, das ich eigentlich erwartet hätte, wo alle aufeinander losgehen und wo sie doch so auf sie einreden, dieser Traube, wo sie da zum Auto geht und so. Das war alles so... Ja, ja. Es war eigentlich fast zu wenig auch immer irgendwie ein bisschen. Ja, es gab nicht so viel Eskalation. Ja, es gab auch irgendwie nicht so viel. Es gab eigentlich fast schon zu wenig. Für den Krimi waren es zu wenig Tote. Ja, zwei. Ja, es ist zu wenig, weil normalerweise muss nochmal irgendjemand anders das gesehen haben und der letzte Tote, der bringt dann nochmal quasi alles zum Vorschein. So wie bei Miss Marple. Ja, ich glaube, dass... Vielleicht ist es ja auch, dass es er mit dem Film Noir gemacht hat und Brick damals... Vielleicht ist das jetzt einfach sein Krimi, Neo-Krimi. Okay. Der einfach so ein bisschen ein paar Dinge einfach anders macht. Ja, kann man ja. Das ist ja alles gut. Mag ja anderen vielleicht noch besser gefallen, als es uns gefallen hat. Scheinbar, weil die Leute ja begeistert zu sein scheinen, was so die allgemeine Bewertung betrifft. Und ja, wir sind jetzt nicht der Meinung, dass es ein langweiliger, schlechter Film ist, aber ein bisschen unterwältigt, wie man so schön sagt. Ja, vor allem halt, weil das Problem ist halt wirklich, ab dem Moment, wo du halt weißt, wie es passiert ist und dass da jetzt dann zum Schluss nochmal was passiert, zum Glück. Aber dazwischen war so viel Potenzial einfach da mit den einzelnen Charakteren, weil das war ja schon, jeder für sich war ja schon so ein bisschen splinig. Das hätte man viel mehr ausbauen können. Die alte Dame, das hätte man viel mehr ausbauen können. Also man hätte das Ganze so ein bisschen auf die Spitze treiben können. Also jeder einzelne Charakter und jede einzelne Szene nochmal so ein bisschen so... Und alle hätten noch einen Ticken mehr so viel schrulliger sein können, so ein bisschen mehr over the top. Also... Ja, das ist das, was auch, wie gesagt, das ist das die Erwartung, die wir aufgrund des Trailers haben. Ja, genau. Und irgendwie war das so, ja, so harmlos. Schon. Verhältnismäßig. Verhältnismäßig harmlos. Barely an Inconvenience. Ja. Nun gut. Nun gut. Dann sind wir durch. Ja. Jetzt haben wir uns viel Meta-Gespräch über das Kino gehabt. Ja, ihr merkt schon, da ist an sich nicht so wahnsinnig viel Fleisch an dem Film. Nee. Und ist jetzt auch, also man merkt das, glaube ich, auch immer so ein bisschen, wie präsent der Film bleibt, nachdem man das Kino verlässt. Oder wie angeregt wir uns auch direkt im Anschluss unterhalten. Und das war eigentlich gar nicht so. Nö. Es war relativ schnell abgehakt, das Thema. Und eigentlich, es ist echt schade, dass sie alle da nicht dabei waren, aber die Rückfahrt von Karm nach Passau, wo wir über Star Wars gesprochen haben. Ja. Mein Gott, wir haben so viel Spaß gehabt. Da hätte man eigentlich, da müsste man immer gleiches Mikro mitlaufen lassen und dann mal so O-Töne einspielen aus der Fahrt. Also. Vielleicht machen wir das als nächstes Mal. Ja, schon, falls es nochmal einen Star Wars gibt, glaube ich nicht. Nee, aber das war wirklich denkwürdig. Ja. Das war sehr lustig. Nun denn, was haben wir denn für einen Ausblick? Ja, 1917. 1917, der frische Golden Globe-Preisträger, Sam Mendes, der Film und Sam Mendes sind ausgezeichnet worden. Ja, der kommt nämlich am 18. Januar, also der kommt, genau, in unserem Urlaub. Ja, da freuen wir uns insofern drauf, weil man auf einen, wer freut sich denn auf einen Kriegsfilm? Ja, also vor allem ich, ich bin ja nicht so ein Fan von dem Genre, aber wirklich, da gestern Abend kam dann auch wieder der Trailer. Der ist grandios gemacht. Und der ist wirklich gut gemacht. Also und da hat man, da weiß man, okay, da kriegt man jetzt einfach einen guten Film. Vor allem ist es angeblich One-Shot, also eine durchgängige Einstellung, der ganze Film. Der ganze Film? Ja, natürlich mit Tricks, so wie bei Birdman. Okay. Aber es ist ein One-Shot. Wow. Und was angeblich durch diese Art der Erzählung einfach ein unglaublich intensives Mittendrin-Gefühl verursachen soll. Und ja, Sam Mendes versteht sein Handwerk und wir freuen uns darauf, dem Meister wieder mal bei der Arbeit zuzusehen. Auf Kriegsfilme freue ich mich generell auch nicht so weich. Nee, aber ich freue mich jetzt auf einen guten Film einfach. Und letztendlich, ja, das ist halt in der Hoffnung, dass es jetzt oft, ja, wenigstens einmal im Monat ist, einen Film schafft, uns ins Kino zu locken. Ja. Das wäre schön. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann machen wir wieder sehr einen Topf. Okay. Apropos Serie. Also, ihr habt die wahrscheinlich schon alle gesehen, weil im Prinzip jeder, den ich kenne und der jeder irgendwie affin ist mit Serien oder gerne Fantasy-Serien schaut, hat schon The Witcher auf Netflix gesehen. Alle, die das noch nicht getan haben, könnt ihr gleich ändern und gleich zur Couch hoppeln, Netflix reinmachen und The Witcher schauen. Also, absolut dicke Sehempfehlung. Sehempfehlung. Also, ich bin jetzt kein ausgesprochener Fan. Also, ich habe jetzt von den Videospielen nur den dritten Teil in Teilen gespielt, also nicht durch. Ich habe ihn sogar jetzt wieder rausgeholt und wieder ein bisschen angefangen und bin offensichtlich nicht der Einzige. Verkauft sich, also wird im Moment anscheinend öfter gespielt als damals zum Release. Ja, ja. Produzierte ist. Es hat zum Teil so diesen episodenhaften Videospielcharakter. Aber hin und wieder wünsche ich mir eine etwas fähigere Regie. Ja, aber das ist auch der Einzige. Aber es ist trotzdem, das muss man dem Ganzen dann eigentlich auch wieder zugutehalten, dass da jetzt vielleicht nicht so die Vollprofis am Werk waren. Oder vielleicht haben sie gedacht, sie sind Vollprofis. Ich finde auch an unserem Urteil wieder gescheitert. An unserem Urteil. Mein Gott, ja, die Messlatte ist halt so einfach so hoch. Also, was will man machen, wenn es dann so Serien gibt wie Watchmen? Ja, ich finde halt, aber da merkt man dann. Also, gerade wenn man die so hintereinander wegguckt, merkt man es ganz deutlich, wo die Defizite sind. Und man kann immer besser den Finger drauflegen und sagen, okay, da hapert es. Ja, aber es ist nicht schlimm. Also, letztendlich macht das Ganze unglaublich viel Spaß und du kannst es super auch in einem durchschauen. Haben wir jetzt aufgrund der Zeit nicht gemacht, weil wir halt, also das ging ja am 20. Dezember ging es ja los und wir haben natürlich noch anderes zu schauen gehabt. Und arbeiten und überhaupt. Und irgendwann muss man halt mal ins Bett. Aber, also viele, die ich kenne, die haben das durchgeschaut und waren schlichtweg begeistert. Ich bin auch begeistert. Ich mag das Cast auch. Ich war, weil das hätte man auch ganz schön versieben können. Also, das hat halt leider, Fantasy hat halt leider das Potenzial, dass, also es gibt so viele schlechte Fantasy-Serien und Filme. Ist so. Und es hat einfach das Potenzial gehabt, so dermaßen vergurkt zu werden. Desto ist es umso schöner, dass es nicht passiert ist. Ja, vor allen Dingen, sie nehmen sich selber nicht immer so hundertprozentig ernst. Das tut dem Ganzen auch sehr gut. Vor allem, wenn es halt immer so in dieses typische Fantasy-Blabla abrutscht. Ja. Dann wissen die das aber auch und nehmen sie sich da hin und wieder selber aufs Korn. Das, das macht das Ganze erfrischend. Und ansonsten ist es echt, ja, man merkt das Budget dahinter. Es ist gut produziert. Ich mag die Schauspieler. Ich mag die Handlung. Es ist vor allen Dingen auch nicht so strunzdumm, dass, dass man jetzt irgendwie, also wenn man jetzt nicht gerade intimer Kenner der Vorlage ist, läuft man da schon mal eine ganze Zeit lang mit Fragezeichen durch die Gegend. Die spielen auch so ein bisschen mit den Zeitebenen. Was ich richtig gut finde, weil normalerweise ist es ja so, also das Gängige ist ja vor zwei Jahren, vor einer Woche, bla 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 bla. Und da wird, da gibt es gar nichts. Und da werden einfach, so eine ganze Episode wird dann halt einfach mal. Ja, es dauert einfach ein bisschen, bis man einordnen kann, wer das ist. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht spoilern. Nein, nein. Es ist aber, das mag ich. Ich mag ja fordernde Serien, wo man eben nicht am Anfang schon irgendeinem Erzähler erzählt, was jetzt gerade passiert. Und das macht es sehr gut. Das Einzige ist, dass ich finde, dass die einzelnen Episoden per se durch, weiß ich nicht, einfach ein bisschen besseren Schnitt oder ein bisschen mehr Gespür für Dramaturgie, da könnte man schon noch was rausholen. Vielleicht mal schauen, wie die zweite Staffel so wird. Die ist ja schon angekündigt. Ja, zum Glück. Also unsere Serienempfehlung, The Witcher. The Witcher. Gut, dann verabschieden wir uns wie immer von euch. Wer uns Rückmeldungen geben oder uns unterstützen möchte, der kann natürlich wie immer seinen Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Er kann diese oder jede andere Folge kommentieren. Uns eine Nachricht schreiben. Uns auf iTunes oder panoptikum.io bewerten. Uns via Flatter unterstützen. Über unser Partnerprogramm bei Amazon einkaufen. Oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspinne zukommen lassen. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Client eures Vertrauens und natürlich auf kat.exklamatio.de. Ja, das war's. Macht's gut. Macht's gut. Und wir hören uns, denke ich, dann spätestens zu 1917. Viel Spaß. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.